so servus leute was geht ich bin es wieder euer leon elektronik heute mit einem neuen video und zwar befinde ich mich gerade am schlossplatz in erlangen hier ist schon das weinfest aufgebaut das vom 25 bis zum 29 stattfindet und wir schauen uns das jetzt mal an wenn wir uns mal hier gucken haben wir hier schon ropert franken weingut dann haben wir hier schon die bierbänke wie man sehen kann etliche bierbänke und dann haben wir jetzt wenn wir hier hinschauen haben wir die bühne vom weinfest die bühne am schlossplatz genau ich schwenke nochmal hier rum ein kleines video hier können wir kurz noch dahinter laufen wo ich zeigen wie groß das arterial hier ist mit den bierbänken genau verstreckt sich hier bis hier hinter als über den ganzen schlossplatz entlang bis hierher und das geht dann noch bis dahinter zu den buden geht das ganze noch genau und dann wenn wir so nach vorne laufen da sehen wir wieder die bühne vom erlanger erlanger weinfest und zwar ja und zwar geht es auch bald richtig rund wird super musik gemacht und da können uns drauf freuen bis dorthin alles gute und ich verbleibe euer leon elektronik und wenn ihr es noch mal sehen wollt ich zeige euch mal bei der bühne wie das hier so ausschaut so wird es dann aussehen so würdet ihr dann so würde man auf die zuschauer gucken wer man musiker ist und zwar so schaut man dann darunter genau gut sondern auch wieder zurück hier wieder raus genau und dann auch mal so ein blick zur bühne wie die bühne ausschaut genau weinfest ab dem 25 bis zum 29 also ab morgen mittwoch geht es los ihr dürft gespannt sein ciao